Hallo und herzlich Willkommen zu GTA 5 Online und wir machen weiter mit den Heist mit dem Heist vom Doomsday Update und mit dabei diesmal als Verstärkung ist einmal der Hörns und der HG Moin 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 Ich hab Wintersritt bei, die anderen sind eingeladen Super, wenn der Geil hat viel los hier Ich bin auch schon längst beigedreht Komm jetzt auf Ja, die Hörns ist da Und wir müssen mit einem Der Lokfurth durch die Gegend fliegen, also kein Problem Kein Problem No Problem Ja, machen wir locker die Mission Ja Schaffen einen Einanlauf Will ich auch sagen Dürfte nicht schwer sein Dann haben wir auch mal ein großer Internetprovider ne Also das war schon schief Ja Ja Okay, ja in Wirklichkeit starten wir die Mission zum dritten Mal Weil wir hier irgendwie den falschen Internetanbieter haben Und dauernd rausfliegen Ja, ihr habt einen Internetanbieter gewählt mit alle 4 Stunden Oh Oh Ich hab die Maus grad weggeschmissen Brauch ich die? Ne, ne? Ja, ich mach mal von weg Jetzt kennt ihr ja mittlerweile die Strecke auswendig dahin, oder? Ja, bis zum DeLorean kommen wir ja fast Also einmal waren wir da und einmal Ja, wir haben schon unterschiedliche Fortschritte hier geschafft Warum renne ich so komisch? Eigentlich zurück halt immer die Shift-Taste gedrückt Das zusammen muss man ja gar nicht, ne? Das sind wir Die musst du nur antippen Ich halte ihr Bauchmode fest Ja, das hab ich gerade gesehen bei den Laufschlägen Wie kann man das? Könntest du zwei Mittagsgleichende fahren? Äh Das ist mega Ja Boah, ich kann wohl selber fahren Dieses Mal brauche ich nicht zu viel runter jetzt Hast du gesehen, ne? Hab ich geflossen Ich wollte gerade einen Platten schießen, aber es kickt mir Ich wollte gerade sagen so hier Ey, du hast einen Plattfuß Ja 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 Ich glaub der Raver von mir Ey, der will unbedingt sein mit Ja 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 Du hält das irgendwo um die Strecke an und da Pass auf, wenn er um den Rechtsrand fährt Und die Tür ab Dann spiel dich da an Dann gleich alle einsame Waldwege mit dir fährt, ne? Dann würd ich mir Gedanken machen Aber da zu kommen, der ist leider nicht Ich hab mich nicht drauf eingelassen bei ihm mitgefahren Achso Ja Ich hab mich nicht drauf eingelassen bei ihm mitgefahren Die sind mir ein bisschen unheimlich Nei, ne, kann ich nicht durch, aber Ich muss sowieso länger, also Und wenn du denn da sind, dann brauche ich eine Halskrause Ja Ja Bitte genauere Ausführungen jetzt nicht erwähnen Eigentlich hätte ich erstmal beim Bunker warten müssen, bis ihr alle da seid Ja, genau Okay Wie, dass wir alle da sind Ja Falls dann wieder irgendwelche Spielstörungen sind, dass ich dann gleich beim Bunker wieder anfangen Ja toll, dann dürfen wir da auf dich warten Und dann passiert dann irgendwelche Spielstörungen und dann bist du auch nicht da Nein, da Wo kommt der Fall denn jetzt weg, ey Wo kommt der Fall denn jetzt weg, ey Wo kommt der Fall denn jetzt weg Oder was Ja Da hätte man jetzt richtig schön Musik unterlegen können So Ja Hä, wär passend, ja Wir sollten eine Ballettaufführung starten Ja echt Mit Autos Wie wir so in der Luft rumwirbeln Ja, liebe Zuschauer, wenn ihr das sehen wollt, schreibt das in die Kommentare Das tut sich doch keiner Das will keiner sehen Ballettstunde von HG und Hörns So, ich bin gleich da Ich auch, noch 10 Unfälle 600 Meter, bin ich auch da Ich bin von 0 auf 10 Unfälle in 15 Stunden Was hast du? Von 0 auf 10 Unfälle in 5 Sekunden, oder? Ja, genau Ja, ist doch geil Ja, ist doch geil We're triangulating the signals, just a minute Oh, sneaky Okay, okay Okay, okay Get in the cars and wait for real hard Oh, ich bin da Wie dreht sie noch? Ich werde wieder zählen Ich bin wieder Bäh Ach, Bäh oder Seth So, ich fahr schon mal zum Hacken Alter Alter Geil Geil Viel mehr Geil Geil HG, warum hast du so weit weggepackt? Ja, ich dachte, ne Was verkratzen noch mein Auto Was verkratzen noch mein Auto? Ja So, Nummer 2 Oh, scheiße, das ist ja voll weit weg Egal, ich nehm A So, ich nehm D Das war jetzt ein bisschen still schweigen Dabei haben wir unsere äh Sterapotischen von Osmoot Beim Versuch 1 und 2 Nein Ja, was ich noch nicht gesagt habe Ist, dass der Dürreun ziemlich gut fährt hier Okay Ich habe ein Déjà-vu Ja Das hab ich mir letztes Mal auch gesagt, ne? Ja, ja Ja, jedes Mal, wenn das gesagt wurde Dann ist die in so eine Verwendung abgelöst Der eine müsste jetzt genau Ist das nicht für so viel jetzt sogar? Mit dem ersten Teil Ja, genau Das erste Mal, das äh Lars, ja Oh, ja Ja, ja Erste Mal, der Der lass ja Was für kack Aber ist egal Wir geben dem Internetprovider die Schuld Ja, ja, das war auch Lack am internetprovider Ja, genau Der hat da einfach Was falsches gemacht Was ist das denn? Was ist das denn jetzt? Oh, nee ICHE 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 Eine Minute haben wir noch, bis zur nächsten Trennung nehmen Das war so geil, und dann ließen wir die, jetzt ist eine Vorgangsgefahr Das war so geil damals, ne? Ich war nicht nur gefühlt vom dritten Mal, der hier stehen geblieben ist, ne? Das war, ach man, ne Ja, aber... Lars, wir wollen ja bei Bokka bleiben, falls... Wie das irgendwie... Vielleicht ist Kade leicht zu schaffen Ja, so... Ja, so, äh... Ich versuche den Kade rauszuschießen, ne? Nicht mit Rakieren, sondern mit dem Maschinengewehr, das müsste ja klappen Der kann auch nicht mal auf einen schießen Das stimmt Ganz wenig fliegt da dran hier, oh Ich fahr einfach immer ungefähr die gleiche Strecke, meistens ist das Auto da Endert da nicht die Route, oder so? Boah... Der Drogen, der fährt irgendwie richtig schlecht Ich habe ein Interview Das kann nicht, das habe ich nie gesagt Das kann nicht So ein Standardsatz, ne? Wie gesagt, auch jedes Mal, wenn ich an der gleichen Stelle gerade so eine Brücke durchfahre, also... Ich weiß gar nicht, wer das hinkriegt Ja... Ah, die Strecke ist doch anders Jetzt muss ich ganz woanders hin Nein, warte mal, wo ist er jetzt? Ist er unter der Autobahn? Der ist dann... Ja... Oder ich bin zu schnell, das kann auch sein Letztes Mal habe ich es noch geschafft, bis zum Ziel Fahrzeug zu kommen Ah, da steht er, an der Kreuzung Hä? Ach da oben Wir schießen, wa? Nein, erzähl jetzt nicht, du bist tot Doch Vorher nicht das denn, du musst neben dem Wagen fahren, der kann doch nicht auf dich schießen Ja, ich bin neben dem Fahrzeug gefahren Ach so, und dann? Wurde er auf einmal schneller und ich habe versucht, auf ihn zu schießen, aber er hat mit einem Schuss tatsächlich... Ja, also, warst du dahinter, als du gestorben bist Ja, ich bin mit einem Schuss Ich bin mit einem Schuss, ich bin mit einem Schuss Ich bin mit einem Schuss, ich bin mit einem Schuss Ja, also... Ja, also, wenn Spaß dabei Zum Wissen haben wir drei Spaß Verminn euch Jetzt kommt die Elite Ja, also, Konzentration Lebt euch nach vorne, ne? Und dann, äh... Hey, jetzt nimmt er mein Auto weg Warte Geht ihr da wügt? Ja Also, zu schon Ja, die Tür jetzt nicht zu, ach so Na, jetzt geht mal der Beifahrer, der Tür nicht zu Ach, ne, ne, ne... Ja, gut Auch blöd, dass man eigentlich, ähm, nicht sein eigenes Auto nehmen kann So, Corona wär's gut, ne? Boah, erstes Wo kam denn die Medien weg? Oh, ich kann meine eigene Waffen hier gar nicht nehmen Oh, ich kann meine eigene Waffen hier gar nicht nehmen Äh Oh, du, der Ronin verzieht sich nicht gut Ich habe bei dir auch... Ja, ich bin aus einer Brücke gewesen Und du hast es gesagt Du hast es gesagt Ja, ich glaube ich trug mal eine Nacht davon Ja Ja, ich glaube ich trug mal eine Nacht davon Ja Aber ich sollte aufhören, dass du sagst, weil irgendwie bringt das, glaube ich, Unglück Äh, ähm Oh, ich hab gerade voll die... Scheiße, ich könnte den... in irgendeiner heißen Ach gut, also ja Ich habe das gesagt, seine Roto hier erinnert Was heißt nein? Nee Heckfortschritt, warum geht das... Ach doch So ist die Beschleunigung von dem Wagen aber auch nicht, dass du da nicht neben bleiben kannst So, ich habe meinen Auftrag gefüllt B kann auch zerstört werden, weil sehe ich gerade Oh Oh, scheiße Muss ich ihn zerstören? Wenn er rot ist, ja Ah, A muss zerstört werden, das sehe ich auch auf der Karte C noch nichts, hier muss noch gehackt werden, so wie es aussieht Okay, ich bin schuld Ach, schade, ich war nicht Standst du so weit dran, oder was? Jetzt habe ich diese Strafe Ich habe mich hinter ihm fallen lassen, aber ich tot Achso, ja, das darfst du nie machen Ja, dann kannst du besser aus Ja, aber wie soll ich denn in den Platz schießen? Ja, fährst an ihn vorbei, drehst dich um, ne, mit Heimbremse und dann schießt die Rakete auf ihn drauf Ja, noch 99er, oder was glaubt Aber gehalt hattest du schon HG, oder was? Ja, hatte er Da muss man ja H drücken, das wird angezeigt Ja, 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 ich frag nur, wieso bist du denn, äh, wie bist du denn hingestorgen, ne? Weil ich, weil ich ihn von hinten abknallen wollte Achso! Ist er mir vorbei und hat er mich, äh, zerstört Achso, okay Ja, komm Jetzt schaffen wir das Jetzt haben wir genug Spaß für die Zuschauer im Besor Wir können auf die Zweite irgendwo hinfahren, kann ich, kann man das Fahrzeug irgendwie zum Stillstand bringen? Warte mal Brauchen wir alle DeLoreans? Jetzt würde ich mal auf die Zweite hinfahren, dann einfach, äh Theoretisch nicht, ne? Dann muss halt einer zwei hacken Ja, genau Ja, genau Versuch es mal Neue Taktik Kuruma hier, äh, Kuruma Einer muss den Ach, danke, ich hab ja keinen Kuruma Ja, ja, das hab ich auch Ich glaub, das hat Kuruma 20 mal gesagt Ich steig aber bei jemandem mit, ne, das bringen wir auch ja nicht, ne? Ja, nimm doch mein Kuruma Ja? Ja So, dann fahren wir Dann fahren wir den Kuruma fahren So, wer fährt mit mir mit? Dann fahren wir zu Deherns und du schießt den Kerl aus dem Wagen raus Ja Und wer fährt mit einer, gut Achso Versuchen wir einfach mal Müsse ja Und wir tun wir uns jetzt zusammen Wir haben jetzt 20 Minuten Zeit unten, aber ich denke mal Wir schaffen uns auch in Einer zu sterben Ja, ja, genau Na Ah, ahm Ah, fahr mal ruhig weiter bei Da vorne ist er ja, bei die Ja Ich glaub er macht die Tür auf, dass du den rausschießen kannst Den Kerl und dann ist das Fahrzeug gar nicht mehr Macht er auf? Ja Ja Töte ihn So, der ist tot Ja, super Warte mal Da ist noch so ein Ich hab meinen geputten Ah ne, der ist wohl nix mehr Ne? Kann ich den Fahrer auch abschieben? Ne, ne, lass mal, lass mal Ich hack das auf Wo fahrt ihr jetzt zu sehen? Ich bin Dann fahr doch zum nächsten Ja, okay Dann fahr doch nach C oder nach HG, nach A Ja, das ist egal Ja, nein Der, der bringt mit Kado Ah, ist tot Okay So, das ist erledigt hier Ja Wenn du auf dem Dach liegst Kann er dich nicht töten Das ist ja ein super Trick angewandter Ja Ja Aber ich konnte nicht Ich konnte nicht Ich konnte nicht Ich konnte nicht Aber das war das Das war ganz gut mit dem Kuro Mal so Das war klar, ja Ich hoffe mal nicht Dass du die Rohre noch brauchst gleich Ansonsten Ich fahr zum CRN Ich bin gleich da Das Problem ist einfach, dass man seine Maschinengewehr nicht benutzen kann Das wär Extrem leichter gewesen Ne? Oh, ich glaub ich Da hat nen Rack Oh Entschuldigung Ach der ist ja schon tot da hinten Das haben wir alle, oder was? Kann den Fahrer können Ne, warte Der muss noch gehackt werden, ne? Ja, warte, mach ich Ich hack den Ne Das geht ja mit dem DeLorean, glaub ich dann halt, ne? Weswegen, irgendwo muss das Fahrzeug auch haben Der Typ ist tot, oder was? Warte, warte, nee, 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 warte Warte, ich mach den tot Ja, warte, warte, ich mach den Ich kann den gar nicht hacken hier Ich auch nicht Der muss ein anderer DeLorean hierher Ne, warte, läuft, 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 läuft Jetzt Ah, bei mir stand auch gerade Drücker H Ding, bla 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 Ich hab's, wenn ich gekriegt Ja Alles klar Wir können ja, du kannst ja den DeLorean jetzt holen, Herz Das ist zur Not Vorsicht, müssen wir den DeLorean denn abliefern, weil sonst muss ich ja meinen noch holen Äh Das ist noch welche Neue, neue Ziele, oh Ich nehm wieder erst vor B Versäuchern fahren Das ist ein Ziel A, oh, die ist auf dem Meer Versäuchern? Achso, da D, das auf dem Wasser, deswegen müssen wir jetzt fliegen gleich, oder was? Ja Jetzt nimm mal den DeLorean, glaub ich, stimmt, vielleicht brauchst du den gleich Äh, wie stell dich das an mit dem Fliegen? So, ich hab das Ding noch nicht gefahren Ich auch noch nicht Ich auch noch nicht Okay Okay, vor meinem DeLorean Ja Das klingt ja sehr, erfolgsversprechend hier Heck 1 hier, ja Wär auch zu einfach Aber weil, wie, das ist uns zu viel Wenn wir, ne, in Koruma und so hin und her fahren, das klappt dann nicht, ne, auf Dauer Zeitlich glaub ich Ich sag ja, wenn die auf dem Dach liegen, wir schießen dürfen zu schnell Wenn die ihr auf dem Dach liegt Ja, ich schaff das nicht auf dem Dach zu landen, ne, aber Ich fahr zu gut Ha, 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 okay Ha, 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 ja Ja Na, einen Moment Ha, 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 ha Keine Ahnung, wie man, äh, wie der fliegt, ich hoffe, der zeigt damit gleich einfach mal an X X? Und X bis zum Schwebemodus Achso Und weiter muss ich denn jetzt hin? Ich fahr zu D Ja Ich muss nach C oder was? Weiß ich nicht, wenn die anderen sagen, wo die hinfahren Ach genau Ich bin bei B Okay, dann C Dann ist C noch frei Ja geil, uah Wie geht der denn jetzt hoch? Ja, das hab ich auch noch nicht rausgekriegt Wenn es gar nicht klappt, gibt es so kleine blaue Tabletten Hab ich mal gehört Kann ich das schon mal testen, oder? Ja Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wie das war da Das muss ich mal fragen Ah, wahrscheinlich schwebt der immer über den Boden Ja In der gleichen Höhe Also, das Ich kann den nicht nach oben kriegen Also X um den Schwebemodus Ja Ah Toll ist er ja schon Oh man Ich kann Wir hacken ein paar Dreckige Datenverteile Hier Frauders Schrauben 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 Na Cool Ja nicht erschießen Schießen Neute Find ich nicht witzig Das ist ein Boot Ja es sind Boote Ah Glück gehabt Ja Das ist bloß D Ich bin bei D Brauchst du Hilfe? Bislang nicht, aber die schießen ja Tja die schießen, mich tot schießen lassen Ich komm Moin Hey Oh kein 80 Komm wir fliegen Woher weiß ich denn, dass der gehackt ist? Die ist jetzt gehackt Die ist gehackt Tja auch Ja, kannst du durchschießen Wenn die rot sind Achso Und dann steht da oben, zerstöre das Ziel Ja ok, alles klar Wie sieht ihn dann auch automatisch schon an? So, wenn wir wissen wo wir gleich hin müssen Dann könnte ich da ja schon hinfahren Ich werde erstmal das Land aufsuchen Ok, der ist weg In das System Das Dataset ist nearly complete So, warte auf Secure, Sir Kannst du auf Land gehen hier? Ja, das mach ich auch schon mal Ich muss mal gucken wo ich da hochkomme Flughafen, oh wie praktisch das Ja Geil Aber ist natürlich ein Sound, ne? Und jetzt kann man so durch, ne? Ach da Gibt es da nicht irgendwo so ein Kann ich nicht übers Wasser jetzt da schnell hin? Ja stimmt, da macht Sinn 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 Nee, wo ist ein Tor, glaub ich ne? Anlaufen und rübersprechen Anlaufen und rübersprechen Anlaufen und rübersprechen Hier ist ein Tor Ja, damit fährt man durch Gebiete Wo man sonst nie lang kommt Ich muss nur wissen, ich weiß nicht wo man da hoch kann gleich Ah da ist halt was Das Problem habe ich auch gerade Nein Nein Scheiße, was zum Feck Nein 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 Ja mein, der ist abgesoffen Wir waren so gut wie du Nein Vielleicht müssen wir nur noch die Strecke zum Flughafen fahren Wenn wir Glück haben Jetzt hat jeder irgendwie verkackt, oder? Nee Ja, ich hatte Zwangstrennung, ne? Aber sonst Ich bin noch immer nicht schuld gewesen, sagen wir mal so Ja, ja, du hast nur noch keine Gute Der ist auch mal mal abgesoffen, ey Das geht nicht Ja, hast du X gedauert auf was oder was? Ja, natürlich Ja, ja Ich hab ja auch den neuen Pesser da schon ausgeschaltet, ne? Oh, oh, oh Was denn? Erster Akt? Wir stehen jetzt woanders Ja Also, nee Hacker ein Ziel Das ist bestimmt die zweite Mission da Die, die Ich nehm wieder B Ich nehm wieder D Ich nehm wieder C Ja, das ist wieder die zweite Ich nehm wieder A Wir wissen ja, dass wir uns zum Flughafen müssen Können schon mal, ne? Nach dem Zerstören hinfahren Ja Ja Jetzt sind wir aber erstmal Und nicht zu früh X drücken Nee, ich hatte nicht X gedrückt, wisst ihr wie das kam? Bin da Wollte wohl hochfahren und bin ich kopfüber im Wasser gelandet Weißt du? Ja Wirst du mal kopfüber irgendwo rein, ne? Ja, Lachkörper machen Klar, es wird mit Autos um sie Ach, ja Mach ich ja nichts mit DeLorean, ne? Der lässt sich ja schön fahren Ich sag immer DeLorean, ne? Deluxe, so Du Deluxe Ne, hier gehts ja gar nicht lang Da wollte ich auch erst, du Arsch Ach, fuck, hier ist ja alles zu Ja, 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 ja So, so kommen wir an die Leitplange rüber Um die Probleme Nicht jede Abkürzung ist auch ein Abkürzung Hoverboll ist ja Hoverboll ist ja Und sie werden zurück in uns hart Wenn wir sie lassen So, zieh sie runter Destroi ihre Fahrzeuge nachdem du die Pakete Ich will nicht diese Snoops in meinem Haus Du musst einfach ein bisschen nachher schlingern Dann treffen wir hier schon kaum Oh Oh Muss ich dir helfen, Hagi? Ja, helf mir mal, ja Die Krader-Müthel sind die gleich weg So, jetzt kann ich den zerstören, ne? Ja So, ich bin auf dem Weg Jawoll, ich hab fertig Der Baller ist schon so verrückt auf mich rum Ich bin drauf gewünscht EIN! NEIN! Wärm, du wirst Hagi helfen, nicht sterben Er ist abgesoffen Was hast du gemacht? Er hat mich erschossen Ich hab grad rot gesehen, der wollte ich abhauen Ich hab grad rot gesehen Ich hab grad rot gesehen Da war wohl dein Blut, glaub ich Ja Da war wohl wohl dein Blut Also Noch einmal Ist das echt so schwer da hinten? Sind die stärker oder so? Ja, das sind voll die Ultra Ja, das sind voll die Ultra Also bei mir ist überhaupt kein Problem gewesen gerade Ja, das sind voll die Ultra Gegner, glaub mir das Ja Die haben Panzerfeuchste Man kann ja auch ruhig wegfahren, ne? Man muss den Hack nicht am Stück machen, ne? Er hackt dann einfach weiter, ne? Ja Ja, also kann man ja auch wieder zu Not wegfahren Und äh Ne, ich wollte grad wegfahren Und äh Und äh Ne, muss ja nicht Bevor du tot bist, Junge Bevor du tot bist Halt die Schnauze Ah ja So Ich kann mir Zeit lassen Muss ja eh gleich wiederholen Mh Diesmal ver- Hey, das war das erste Mal, dass wir das verkackt haben Weißt du, ist es ja gar nicht Wenn ihr da, keine Ahnung Spiele habt, die sich nicht bewegen oder sowas Wir schießen ja auch Ja, wieso? Ich muss ja nur ein bisschen hin und her gehen Wir haben ein bisschen Gewattebällchen bei euch Ja, kann sein Hey, ihr habt auch Wasserfeuchste, Granaten, Düsenjets Alles Na ja Raumschiffe Wurte Und so mehr Mach ich mir so in der Sichtverkacke Ja Man ist ja froh, dass man es gerade geschafft hat Und dann Ja, das ist das Problem Und dann Etappenweise Ja, dann kann ja auch mal ein Fehler passieren Halt, dann hab ich ein bisschen furcht Da fehlt einfach eine Tasse Ja, echt mal Ja Wenn sie damals Wenn sie zurück in die zukünftlichen Corona umbauen können Und sie fliegen können Also mit dem Dach liegen geht gut Aber nicht auf Wasser, oder? Ne, da nicht NEIN Nix los Nix, ich wollte nur mal nein sagen Achso Achso Nein, nein So, der ist tot Nuch kommen Irgendwie hier Scheiße, ich hab dir im Boot gerammt Das macht ja nix, wenn du im Boot gerammst Ja, bloß, ich hab ja Angst, dass ich runtergehe AG, ich helfe dir jetzt nicht, ne? Ja Ja, lass es, den sterb ich halt aber ein So, ich hab ihn gehackt Jetzt fies ich den ab Also bis jetzt hab ich das immer ganz souverän geschafft Ich auch So, ich muss mich immer nur beherrschen, dass meine Frau immer möchte Nein Einer ist weg hier, aber ich glaub das war jetzt keiner Hey, die ist bloß allein auf dem Boot, wo ist nur dein Das war, Marlon ist weg Ah ok Ich dacht schon Das war, hörte sie böse an Ich dachte Verbindungsprobleme hätte wieder, irgendwelche Probleme So, jetzt aber So, Fakir, da können wir am Land Ja, schnell raus aus dem Wasser Ja, kein X drücken, kein X drücken, kein X drücken Was, das hab ich, das hab ich ja nicht gedrückt, oder? Ne, aber trotzdem hab ich kein X drücken Ne Geil Ich muss dann kommen, wo ich hier hoch kann Ja, die Frage beschäftigen sie mich auch grad Hier ist ein Dock, kann ich ein Dock hoch? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ah geil, ich hab was gefunden Kann ich eigentlich ein X drücken Klopp, auch zu früh Ah, jetzt lege ich auf dem Dach Aber ich bin nicht im Wasser Ich muss dann eben nach Los Santos in die OASO zum Dunic laden Ich brauch einen Fluxkondensator Gibt's da was zum Hochfahren? Warte, jetzt muss da ein Team am Flughafen ist Da ist ein... Muss man mit dem DeLorean da... Wupps, ich krieg kein Stehplatten Okay Ne, stimmt Huiiii Ja, ich auch... Ja ne, na... Ne ne... Ne, ne... Ne... Naa na... liberoud Na na... Na na, na na Ah, ich glaub, hier ist was Ach nee, ey Mann Verdammt, Alter Ich tu mich hier gerade richtig schwer, weißt du das? Ich glaub man kommt hier durch den Zaunbus nicht durch Na, Hörnsin? Da darf ich nicht schon hin, da kommt nachher so ein Fußweg Ja, der Zaun ist zu hart Ich müsste drum zu fahren Ach, hier aber auch Ihr habt ja noch einen Augenblick Du weißt ja nicht, was jetzt noch kommt, ne? Müssen wir da im DeLorean rein? Ja Scheide Ah, Mann Gott sei Dank, ey, wie kannst du hier klappen? Gefallen und kannst hier driften Ohne dass du Ärger kriegst, dass du die Straße verschmutzt Genau Ich fahr hier durch Sachen Oder Gebiete, wo ich noch nie langgefahren bin Also Bin grad froh, dass ich nicht laufen muss Das hast du ja gemacht dagegen Ich wollte andersrum mal drehen Ich glaub über die ganz normale Straße fahren wäre besser einfacher gewesen Ja Dit 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 Oh der Polizier ist kaum zu gucken Oh oh Wir waren das nicht Ne Wir können das nicht beweisen Das ist am kalibrierischen Ich bin gleich ein Sicher Trotzerdanke Warten wir mal ab, ob die Leute nicht hier sind Das merkst du denn, wenn die hier sind Die haben uns bestimmt Ich fand die Mission eigentlich ziemlich leicht Moin Haha, geil, Alter Du hast die Leute rumland gefahren, Alter Hast du das gesehen? Aber einer hat's überlebt, ey Dit 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 Oh, hörts dichter zu den Anhängers hin Oh, hörts dichter zu den Anhängers hin Oh, ich glaub der ist böse, der Feuerwehrmann Ja, der ist ja auch, weil du über seinen Kollegen enthörst Warte, 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 halt, halt Was ist denn das? Flugzeug Scheiße, das Flugzeug Haken Alter, ist auf der Landebahn gerade Boah, er fliegt los Ah, ne, ernsthaft, äh, scheiße Das ist aber nicht viel Zeit, dass wir hacken Nein Machen wir langsamer hinter dem irgendwie Was ist das denn jetzt? Hören, sie ist gestorben Ich hab auch so den F gedrückt Ich hab auch so den F gedrückt Ich hab auch so den F gedrückt Ich bin auf der F Neustart, Neustart Sorry Oha Wahrscheinlich starten wir jetzt hier im Flughafen Hoffe ich mal, ich hoffe bitte Bitte Hörts in die F-Taste raus Ja, genau Mit dem Messer schön drunter hebeln Das ist so peinlich, ne Das ist so peinlich Ja, echt jetzt, ne Überhaupt nicht Wir zeigen gerade, dass sie voll die Profis sind Obwohl, andersrum war das lustig Es ist ein Leben Es ist ein Leben Nicht mehr Ja, da kann ich sie mit Krumm fahren, denn das ist jetzt meiner hier Oh man, oh man, oh man, oh man Aber da stand wie du gerade so hochfliegen kannst mit dem Teil Du kannst ihn hochziehen? Ja, aber wie du kannst ihn hochziehen? Ja, ich krieg ihn immer hoch Noooo HG Ja Warum fährt er so langsam, ey Zöne Versteh ich nicht, siehst du das? Guck mal X, S, H, G, L Ja, Steuerung links, wenn du ihn drückst, dann gehst du mit oben Ach so Aber ich kann ihn nicht Und auch jetzt, hacken wir das Ziel Hey, warum komm ich nicht ins Spiel, dann muss ich nicht krankverdammt Hä? Wo ist denn das Ding, ich zieh den nebenher Irgendwann Ich komm nicht so hoch, ach so Ach so Aber er ist so schnell, ich komm nicht mehr hinterher Ah jetzt, ja, jetzt komm ich, ich krieg auch Höhe Haken Haa Oh, jetzt kommen auch noch Helis Ja Ja, jetzt, ich hacke den und mach die Helis da weg Ne, wir müssen ja nicht alle den hacken Kümmert euch um die Hä, wo ist meine Pottgeschütz? Alter Äh, den Helis weg machen? Ja, ja, ich bin ein Arbeitsschutz Genau Boah, kein Signal mehr Ja Ja Super Das klappt ja Ey, wie soll ich sagen sollen? Ja, ich bin grad nahe Löcher am Dach hier Ach so Ich bin nicht oben auf dem Flugzeug stellen Warum, warum geht der Heck nicht weiter? Weiß ich nicht Ich bin doch direkt bei denen Direkt gerade aus dem gelben Kreis Und dann kommt schon wieder Helis Da kommt wieder Helis Oh man 94 95 Ne, ich überlebe, nein Ich überlebe Keine Sorge Okay, warte, ich Okay, warte, ich Oh yeah Now just get the cars back And you're all done there Hmm Try and pin that on my hairy ass, Uncle Sam Please show some decorum, alright? We're professionals Und dann ist noch einer Ja, ich... Geh jetzt zu hoch Boah, ich hab zwei Irgendwann da Ey, nicht abschließen Das finde ich nicht witzig Super Jetzt Zum Abgabeort, wo ist der denn? Hörst, bist du im Wasser oder was? Ja Warte mal, ich Ach so, du musst die Luxo abgeben, ne? Aber wenn ich bin, tauch ich auf? Wie tauch ich auf? Wie tauchst du? Ah ja, alles gut Ja, auftauchen Ja, erst Wo ist denn sein Auto? Weiß ich nicht Und den muss er ja abgeben, ne? Ne, weiß ich nicht, ob ich den abgeben muss Ne, weiß ich nicht, ob ich den abgeben muss Ne, weiß ich nicht, ob ich den abgeben muss Ich steig in den Luxo Ich steig in den Luxo Da sind doch die Daten drauf Ich muss da wieder einsteigen Ist der denn auch irgendwo bei dir auf dem Wasser? Oder wo ist der? Ja Ich glaube der Deluxe kann doch tauchen Ich muss da gleich eben hinfahren Ich weiß nicht, wo der Ach da hinten ist einer im Wasser, ja, glaube ich Ich wollte eigentlich immer runter, aber Ich schweb hier Wie geht ich den Wie kommt meiner denn runter? Mit Shift Ja, mit Shift gehst du runter Mit Steuerung gehst du hoch Mit Shift gehst du runter Ach hier ist noch ein Deluxe in der Luft, glaube ich Ja, okay, dann müssen wir Ach, ist wir uns ausgestiegen? Ja 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 Jetzt schwebt er dann auch Das heißt, es kann sein, dass die Mission trotzdem jetzt noch scheitert Der ist immer noch in der Luft, oder was? Ja Nicht da hochkriegen, aber ich habe da schon eine Idee Hättest du schon mal gucken Oh man Oh ne Ja hört's Ich dachte schon, der wäre gelandet Ja hört's, da bist du, warte Ja Ja Vielleicht kannst du dich aufs Draht sein Auto stellen Und der fährt dich so hoch, oder? Schwimmt dich hoch, oder? Jo geil So, ich bin drin So, jetzt war das Jetzt muss ich ihn aber irgendwie auf sein Auto absetzen Und ihn dann zu bringen Oh, guck mal, wenn du unten guckst Das ist eine Bierflasche Was? Wo? Hier? Auf die Rampe da Das ist eine Bierflasche Pisswasser Oh ja, da ist Pisswasser Ähm Hab ich eigentlich noch einen Fall hier mit? Ne, ne? Hm, ich wäre mir nicht so sicher Ich glaube, du hast eine A eigentlich immer Das heißt, das muss gleich klappen Ich weiß noch nicht, wie du gleich einsteigen willst Ich versuche auf dem Dach zu Ja, ja, aber wie willst du vom Dach Weil normal läuft der vom Dach runter, wenn du einsteigen drückst Ja, ja Nur so als kleine Aber vielleicht reicht das gleich, wenn wir schon hier sind Ne, du musst ja alle Datensätze haben Steig ihn in den Luxo Verstehe doch, ich sitze doch drin Versuch mal so da hinzufahren Ne, warte Ich kann auch nicht mehr wegfahren hier Äh, oh Wir sind höher, muss ich noch? Ein... Ja, höher, ne? Können wir hier noch einen Cargobob nehmen und den Luxo da weg holen? Naja, das wäre auch ne Möglichkeit, aber Warte, wenn du drauf springst, vielleicht klappt... Du meinst jetzt? Na, warte, warte, warte Aber ich bin so, warte Ich kann bei CEO kein Fahrzeug anfordern Die Frage ist ja, wo du landest, ne? Landest du auf das Auto drauf, dann so? Woll ich jetzt probieren? Jetzt, oder was? Jetzt würde ich mal aussteigen, ja Zieh Fallschirm, zieh Fallschirm Naja, hab ich nicht Hab ich nicht Hab ich nicht So Anlauf Nummer 23 Ja, das ist so lange, bis du tot bist Ne, ich bin noch nicht tot Hier der höher, dann kannst du dich ja aufs Auto, aber dann knallt du dir das Auto ja drauf Aber du hast ja überlebt Aber du hast ja überlebt Könnt ihr nicht den Wagen ein bisschen schieben, dass er über Land ist und dann ein bisschen runterdrücken, dass ihr... Ja, das ist eine große Frage, ne? Ja, am schönsten wäre das im Wasser, im Wasser kannst du ja auch einsteigen, aber ich krieg den... Fahrschirm Richtung Flughafen, wie er weiß er wohl Vorabplanung Ja genau, vielleicht steht er erst an Bord Ja, oder wir müssen den vielleicht doch nicht abbrechen, dass nur einfach alle da sind, aber das Auto nicht, ich weiß es nicht Ne, das steht da, liefer den ab, ne? Steigen in den Luxus steht jetzt Bei mir steht auch, steigen in den Luxus Wo bist du jetzt gerade, was? Ich hänge hier oben, ich versuche halt Was versuchst du? Den Luxus irgendwie zu steuern, also... Das Video könntest du nachher womit... äh... Wie man es nicht macht Ne, das kann ich jetzt schon, das ist... Das war nach den ersten 27 fehlt schon irgendwie so klar Ja, ähm... Ja, wie man es nicht machen sollte, oder... Ähm... Wie man es auch andere Weise machen kann Wollen wir die Scheiße jetzt einfach ablassen und noch einmal herziehen? Nein! Wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch Ja, ich glaube wir schaffen das nicht Ja, ich muss da irgendwie rein in dem Scheißwein, ja Also hier steht kein Heli Gib mir mal das Auto hier Ne, den kriegst du nicht runtergedrückt Der steht da sehr stabil Ich versuche noch einmal mich da hoch zu bringen Sonst, äh... Ach hier, der kommt ja jetzt Ach, der kommt ja mal tiefer Oh ja Ey, das ist ja krass, der kommt ja mal tiefer Bringt das ja doch was, irgendwie Ja, jetzt, ja, der sackt Das ist ja schon fast an der Wasseroberfläche Aber das war doch erst nicht, oder? Naja Ey, dann kriegen wir das ja doch noch hin Ja Herzlich erledigt, da fällt er runter Ja, ich bin drin Wuhu Und jetzt ich so Ja 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 Geil Blub, 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 blub Ja Ich wollte sagen, hören sie es noch nicht am Ziel Es geht, wir haben es geschafft Ja, tut Wuhu Geil Das war ne geile Aktion Das hat auf dem Schirm noch keiner gehandelt Ne Da spielt ja auch sonst keiner mit dir Das geht nicht Wuhu Wuhu Oh, ich hab ein Regenschirm gefunden Wo fährst du jetzt in der AG? Ich war zum Flughafen Ja, da gibt's keinen Umstopper, ich war da gerade Wie, da gibt's nix? Na nix? Nein, nix zum Fliegen Das war mal ne Kleinigkeit, ey Also das Level, das war leicht Ja, es gibt hier deutlich, ne? Ich glaub, die nächsten sind schwerer Ging ja, ging ja voll einfach Ja Da haben wir mal ne Umdrehen geschafft Moment, gibt's eigentlich einen Spieler, der ähm, kein einziges Mal jetzt hier gestorben ist Also Neustadt verursacht hat Nein, das hat jeder einmal ein Neustadt verursacht Ja Nein, Leute Nein, Leute Doch Das heißt Cap Winters ist langweilig Ne, er nimmt auch Er nimmt auch Er nimmt auch schon verursacht Ja stimmt, hat er doch Ja Mit Verbindungsproblemen befohlen, ja das stimmt wohl Ja, also Du hast Neustadt verursacht Alter, diese Karre sieht aus 1,2 Kilometer, ne? Hier im Parkhaus rein, oder was? Drauf! Hä, wieso kommt mir jetzt grad zum Luxus dagegen? Fuck! Wir fänden jetzt falsch Ich fahr falsch, sorry Okay Ich sag' ja Hörst du's noch nicht ab 10 Uhr lang gekommen? Ja Wieso kommt mir einer? Weil ich hab jetzt so Fuge ab, ah ja, irgendwie Ach, da rauf, ja okay, ich sag schon, hä? Aber ich bin trotzdem gleich da 1,4 Kilometer Nein Ah, Capwin, du hast es schon mal gelandet Wirst schon mal Aber ich bin auch gleich da Da sind schon mal 10% Erfolgschancen dazu Was denn hier Kann man mal hier sehen, nicht mal ein Einschusslocher, das Auto hier. Warst du gerade in der Werkstatt? Nagelneu sieht er aus. Guck mal hier an diese Seite, hier ist ein Einschusslocher. Guck dir mal an, wie das Auto sieht, das Auto sieht nach Arbeit aus. Das sieht man wieder, dir kann man auch kein Auto mitgeben. Du bist ja ganz nach oben, fahrend in einem Tag Torse oder was? Ja. Er hätte jetzt auch fliegen können, aber lieber nicht. Nee, besser nicht. Aber ich bin sofort hier. Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Oh, 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 oh. Ich fahr keinen Platz, keine Sorge. Okay, okay, we got the cars. Job well done, folks. Nein, wir haben es geschafft, oder? Ja! Bestanden! Super, einfache Missionen. Hier, Platy, Platy, Platy! Mann, war was geil. Hammer, 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 Hammer. 32.000. Lohnt sich das? Ja, eben durch 5 Stunden Teil. Klarer Aufwand. Also wenn man das in eins durchspielen würde, wird es sich lohnen, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das ist bestimmt eigentlich nur so eine 5-Minuten-Sache, ne? Ja. Wir haben jetzt ja auch eine Version durchgespielt, die man nicht machen soll. Tja. Liebe Zuschauer, also, es lohnt sich, es macht viel Spaß und, äh, ein kleiner Tipp, sucht euch die Leute aus, mit denen ihr das spielen wollt. Das sind vernünftige Leute. Nehmt nicht jeden. Also, die Umfälle, die wir gebaut haben, das war alles gestellt. Wir wollten nur ihm zeigen, so mach man es. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, das war schon mal auf jeden Fall wieder eine Vorbereitungsmission. Wir starten die nächste. Müssen wir gucken, haben wir noch so viel Zeit? Drei Stunden müssen wir einkategorieren. Ungefähr. Mal gucken, wie schlimm wir uns bei den nächsten anstellen. Aber das alles seht ihr dann ja in der nächsten Folge. Schönen Dank fürs Zuschauen und, äh, fürs Aushalten hier, diese Folge war anstrengend wahrscheinlich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.